Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute stelle ich das Hotel Clay vor in Minecraft hier. Es ist ein erfundenes Hotel und seid gespannt, bleibt weiter dran, bis nach dem Intro. So, wir stehen jetzt hier vor dem Hotel Clay und ich muss dazu noch einige Sachen anmerken. Das ist ein vollkommen modernes, neues Gebäude. Ich flicke einfach mal ein bisschen rundherum. Das ist als Hotel geeignet schon. Oh, what the fuck? Generierungsprobleme. Generierungsprobleme. So, ich muss sagen, es gibt keine Hebel hier in der Etage, in Etagen oder sowas. Und man sieht, es gibt hier Lichtsensoren. Das Gebäude ist also komplett gesteuert mit dem Tag, also mit der Sonne gesteuert. Das heißt, wenn die Sonne untergeht, geht hier alles an von innen. Wenn die wieder aufgeht, geht alles aus. Und momentan haben wir alles aus, bis auf die Lobby. Die kann man manuell steuern. Manuell? Hahaha, GLP. So, Witz vorbei. Wir gehen jetzt einfach mal hier rein in die Lobby und man sieht hier eine schlichte Beleuchtungseinheit. Ein bisschen etwas andere Decke, wie man das sieht. Und ein paar Leute hier, die auf den Tischen tanzen. Ähm, ja, ist halt wie eine normale Lobby gebaut, dass der Sinn ist oder das Ding ist bei dieser Lobby, es gibt keinen Aufzug. Das Gebäude ist zu klein dafür. Es gibt auch keine Alarmsensoren. Alarm kann ich natürlich noch später einbauen, aber da hier alles brandfest ist, wird es eh nichts bringen. Und hier haben wir ein Loch in der Decke. Das ist auch immer sehr schön. Ähm, ja, hier kann man sich anmelden. Schlüssel, Dienst, Abgabe, keine Ahnung. Und, oder das Licht ein- und ausschalten, wie man hier sieht. Das geht hier jetzt nacheinander aus. Oder wieder an, wenn man es möchte. Klack, 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 klack. Ich finde das gut mit dem Delay da. So, ähm, ja, weiter geht's. Es gibt ja eigentlich nicht hier sehr viel zu sagen. Hier gibt's doch eine kleine, eine kleine Großküche. Hahaha. Ja, sie ist, äh, also sie heißt Großküche, weil es in die Höhe geht. Nee, äh, weil, einfach weil, weil, äh, deshalb, so. Keine Ahnung. Ähm, ja, damit die Leute immer zu essen bekommen. Ist ja immer ein Hotel, das heißt, die Leute kochen ja nicht irgendwie oben in ihr Zimmer oder so. Okay, ich würde sagen, wir schauen uns mal die erste Etage an. Wir gehen jetzt, wir klappern jede Etage durch. Es gibt hier ungefähr 6, 7, 8, 9, 10 Etagen. Und, äh, was hier auch, äh, zu erkennen ist, äh, jedes Zimmer ist hier, hat eine eigene Nummer. Und zwar geht das hier von 100 los. Das Ding ist, dass, äh, weil es bei 100 los ging, weil wir sind hier im ersten Stock. Das heißt, es geht bei 100 los. Im zweiten Stock geht es bei 201 los, ja. Ähm, wir haben hier auch zuerst mal hier drei Zimmer. Äh, in den ersten, ich glaube, drei, vier Etagen. Danach werden es zwei Zimmer und ganz oben ist kein Zimmer. Da ist ein Secret Raum, ein Sekreter Raum. So, wir schauen uns einfach mal das erste Zimmer an. Äh, wuh, ja, da habe ich mir schon ein bisschen mehr Mühe gegeben, auch mit den Bildern hier. Ich habe natürlich jetzt auch das, äh, Faithful Pacture Pact 32x32 drin. Das, äh, macht die Sache hier so ein bisschen schöner rein, also ein bisschen mit der Aussicht und dem ganzen Gedöns. Äh, ja, eigentlich ganz nett eingeräumt hier. Es gibt keinen Fernseher, es gibt nur eine, eine, eine Glas, eine Glasfassade, genau. Ich habe überlegt, auch noch Balkons dran zu machen, aber dann, oah, das wird bei einem neuartigen Gebäude, glaube ich, nicht so ganz gehen. So, ähm, hier ist so ein mittleres Zimmer, das ist so ein bisschen, also die mittleren Zimmer sind kleiner, schlichter gehalten. Äh, haben auch deshalb auch nur ein Fenster. Deshalb würde ich die ersten, das erste Mal empfehlen oder das letzte Mal. Mir gefällt diese Seite hier viel besser. Ich mag es irgendwie, dass, ich mag die solche kleinen Schrägen, vor allem solche Glasschrägen sehen schön aus. Also, finde ich persönlich. Und deshalb würde ich das hier so empfehlen, ne. Ja, so, das sind die ersten drei Zimmer, also, ähm, wir können davon ausgehen, dass die nächsten drei ziemlich genau so eingeräumt sind, eingerichtet. Ah, ja, man sieht jetzt gerade das Licht angegangen, das heißt, die Sonne neigt sich dem Ende. Ähm, ja, so ein bisschen, sie sind nicht alle gleich eingerichtet. Äh, sie sind schon ein bisschen anders, aber der Verhältnis, der Größenunterschied bleibt eigentlich immer gleich, dass das hier, also der Größenunterschied von den Zimmern. Und, äh, das ist das Mindeste. Okay, der Größenunterschied, äh, stimmt fast. Das Gebäude, desto höher wir gehen, desto kleiner wird es. Äh, was ist denn heute los? Äh, das muss, das muss, das muss, das muss jetzt die Lichtumstellung sein hier. Die Sonne ist hier jetzt gleich beim Untergang und die Lampen sind schon alle an. So, 301 ist, äh, deshalb eben so genau so eingeräumt und so. Und da wollen wir jetzt gar nicht mehr so gucken. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal so ein bisschen weiter nach oben. Alter. So, hier haben wir nur noch zwei Zimmer. Zwei Zimmer. Äh, dementsprechend ist das erste Zimmer auch viel größer eingerichtet. Das ist jetzt zwar blöd mit der Schrift, aber, naja, richtig nerven tut es, glaube ich, nicht. So, äh, gucken wir mal weiter. Äh, hier ist das zweite Zimmer, jetzt haben wir hier die rechte Elfte und hier ist auch eine Lampe nicht an. Oh, natürlich, natürlich, natürlich. Immer, ich treffe genau den Repeater, nicht zufällig daneben. Könnte ich auch machen, so. Ja gut, so geht es natürlich auch. Werd. Das kann jetzt aber nicht sein, ne? Wo ist denn hier? Komm, ja gut, okay, da war ich ein bisschen, ach, wir lösen das einfach so. Wie gesagt, das Gebäude ist noch neu, frisch und neu lackiert. Und man sieht auch diesen schönen, äh, gehärteten Clayboden. Da wollte ich mal was anderes austesten, ausprobieren. Und, äh, ja. So. Gehen wir noch ein Stockwerk weiter höher. Sehen wir es, wie wir haben. Hier haben wir wieder nur noch zwei Zimmer. Aber 501 sind wir jetzt. Äh, wir gehen mal in die, ich glaub, wie weit geht's nach oben? Ja, das ist jetzt, ich würd mal, das ist jetzt das letzte Stockwerk, äh, was wir jetzt so haben. Hier, also von der Höhe her, klasse. Von der Höhe her wirklich krass. Ähm, ich würde hier gerne wohnen, wenn es das in Real Life geben würde. Vor allen Dingen auch auf die Zukunftsstadt, auf den Zukunftsstadtteil, den ich hier baue. Auch sehr schön. Nur halt, was ich gerne mag, ist, äh, die rechte Hälfte. Oh, ist das gespricht, das ist. Ah, guck mal, hier haben wir jetzt keine Schräge. Da fängt die Schräge am Boden an. Ja, einfach, weil das hier, weil das mit dem Ausblick einfach viel geiler ist, ne. So, ähm, genug mit dem. Mist, wir gehen jetzt mal einen Stockwerk höher. Ja, und jetzt erwartet uns auch schon der Sekretraum. Und ihr seht es auch schon. Ich habe hier tatsächlich, oh, ich hab, ich musste lange nachdenken, was ich da für einen Raum reinbaue. Das ist das Architektenbüro dieser ganzen Stadt Neuzellingen. Äh, hier haben wir das Architektenbüro Blue Creeper der GmbH Gemeinschaft mit beschränkter Haftung. Sollte jeder kennen, GmbH. Und, äh, oh, das, das ist mein Lieblingsraum. Ähm. Einfach mal am geilsten eingerichtet. Hier auch mit dem Rüstungsständer, mit dem Aquarium hier. Was, was ein Aquarium, also, boah, mit schönem bunten Glas. Finde ich schön. Und dann mein Arbeitsplatz hier. Ähm, jukebox natürlich noch drin. Und den, ich glaub, ich würd mal sagen, den schönsten Ausblick der ganzen Stadt. Mhm. So, wir sind aber noch nicht fertig. Also, hier haben wir so noch eine kleine Sitzecke hier drin. Boah, schön. Ja, ja, hier werde ich mich wohlfühlen. Hier werde ich mich auf jeden Fall wohlfühlen. Äh, das hab ich hier ein bisschen mit Mühe eingerichtet. Das war hier auch mal ein ganz normales Zimmer. Aber, dann hab ich's mir gedacht, komm, ersetzt den Boden, ersetzt, na, die Deckerei nicht ersetzt. Äh, aber, äh, macht die Innereinrichtung. Man sieht ja auch, der Clay wird zum, äh, gehärteten, grauen Clay. Und wir gehen jetzt mal ganz nach oben. Äh, das ist wieder für alle Besucher. Hier haben wir noch so eine kleine Lounge, äh, wo die Besucher sich umschauen können, hier, auf welcher Höhe sie überhaupt sind. Dann, ähm, für mich gibt's ja diesen Extra-Raum unten, nur da für euch. Könnt ihr euch da selber dann, wenn die Map zum Download ist, könnt ihr euch die selber ziehen. Und, äh, jetzt kommen wir zum schönsten Teil. Also, es sind ja unten Apartments. Und, äh, zum Apartment darf natürlich auch ein Schwimmbad nicht fehlen. Auf dem Dach. Viel wär das. Ist doch geil. Einfach mal unter den Wolken schwimmen gehen. Ist doch schön. Auch mit Liegestöhnen hier. Das Ganze mit einem kleinen, hoch, mit einem kleinen, äh, Solarplattenteil hier gehalten. Schlicht. Und, äh, ja. Ich hoffe, das Gebäude hat euch gefallen. Es ist momentan eins meiner Favoritengebäude. Einfach nur wegen dem Ausblick. Weil da kommt noch mehr. Ich hab jetzt auch vor, in nächster Zeit einen neuen Wolkenkratzer zu bauen. Also einen Wolkenkratzer mit Mindesthöhe 250 Blöcken. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ich da so bauen soll. Ähm, auf jeden Fall, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Äh, ja. Ich freu mich wieder, wenn wir uns wiedersehen in einem anderen Video. Bis dann. Macht's gut. Ciao. 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 Vielen Dank.